So, jetzt muss ich hier so ein Rennen machen, kleine. Ich weiß gar nicht, darf man in diesem Rennen eigentlich drauf schießen? Ich weiß, das brauche ich auch gar nicht drauf. Ich werde das sowieso gewinnen. Ich muss nur nicht ganz so schnell fahren. So, jetzt. Da sind die Cops. Da düßen wir beim Rennen vorbei. Wir haben einen erwischt. So leicht. Na komm schon. Na komm, so. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen Fahrzeuge gerade findet, wie du sagst. Ich will auch nicht nach hinten rum. Wenn ich ehrlich bin. So, bleib völlig Banane. Sonst bin ich immer als erster durchziehen. Das ist das einzige Wichtige und Wahre. Oh, shit. Das war nicht so gut. Oh, oh, oh. Kuss habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt in unserem Gas Game hier, dass wir von den Cops wegkommen. Auf jeden Fall bin ich Platz 1 von 6. Oh, shit. Die Mutterhaube ist weg. Na komm, rum. Hier rum. So, da geht es weiter. Ich habe den mir gerade nicht gesehen. Ah, die kommen schon wieder weg. Das ist gut. So, jetzt muss ich noch ein bisschen abgebremst. Ich kann mich hier auch nicht durchkommen. Da vorne ist das Ziel. Warte mal, guck mal. Danke. Okay. Okay. Irgendwann werde ich ihn zurück nach Hause. Irgendwann da vorne schon zieht es sich. Ich habe ja ganz schön gefahren. Ich freue mich. Aber er kommt egal. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin der Mann, Mann. Ich bin der Nummer 1. Ich bin der Mann, der Mann. Ich bin der Mann. Die Mann. Der Mann nicht so gut. Ich habe die Finger. Sie nur die Prüche. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Sie haben eine sehr große Magik. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich mache das Ding. Aber du wirst gar nicht von einem Legit. Warum musst du Leute Leute bei der Mann? Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Was für diese Leute Leute, die Leute zu tun? So, Bruce haben wir schon mal ein bisschen weiterbekommen. Ich möchte gerne aber gerade mal gucken, wie weit wir jetzt schon bei den Leuten sind. Ah, okay. Okay, Sympathie, naja, Bruce Missionsfortschritt haben wir vollständig. Jacobs auch. Romans Mission haben wir gerade mal auf 60%. Okay. Das ist jetzt nicht so toll. Egal. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Wagen zum Sprayer. Also zum Lackierer. Damit wir das Auto mal vor allen Dingen wieder gerepariert kriegen. Das liegt ja nochmal. Ah, könnte ich egal. Jetzt fahren wir hier glaub ich auch durch die Gegend anders wohl. Ich weiß nicht, ob es schon einer gefahren ist. Ups. 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 Oh, Bruce hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich hab über deine Heifestpläne aufs LibertyG-Website. Ich kann nicht fahren und lesen. Das ist ein Quatschlecht. Ich muss nicht unbedingt kennen. Das ist ein Quatschlecht. Ähm, das ist... Alter. Ich kann zur Zeit... Spritzen. Es muss dir nicht peinlich sein. Gut. Ausgesehen. Ja, erstmal vom Sprayer und dann fahren wir nochmals vom Dings. Ah, dann machst du die Tür auf. Das ist ja praktisch. Du weißt genau, was los ist. So. Einmal wieder zumachen. Die Tür und paar Stunden vergehen. Farbe ist viel besser. Definitiv. Ja, das sieht doch schon ganz viel besser aus. Aber die Karre werden wir jetzt nicht lange behalten. Kann ich jetzt eigentlich? Telefon. Bruce. Ah, okay. Den kann ich noch mal. Ja, ja, ja. Ach, hier vorne ist es geschlossen. Genau. Stopp mal. Halt mal an. Dann machen wir die Tür bitte zu. Sonst ist der Wagen weg. Und jetzt gucken wir mal. Im Internet. Wir haben drei Nachrichten. Eine von Bruce. Willi Cabell. Ah, okay. 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 Das lese ich nicht alles vor, Leute. Das ist mir gerade ein bisschen zu fett viel. Ander mal ja, aber nicht jetzt. Danke, dass du den ganzen... Was ist das du getan hast? Aber gedacht... Das lese ich nicht alles vor, ich habe gedacht. Okay. Ähm Ah, okay, ein neues Auto klauen Das ist nicht das Problem So Ich hab gedacht, ach so, ich wollte ja noch was anderes gucken Na komm, danke Na, so Ich müsste da, ach guck mal da Was haben sie denn da alles geschrieben, muss ich mal gerade lesen Ort, Liberty City, Import, äh, Import, Export, sexuell, hetero Körperaufbau, athletisch, über mich Ich, in den letzten zehn Jahren habe ich jemanden gesucht, bei dem ich mich wieder ganz Äh, ich bin durch Europa gereist und nach Amerika gekommen Hab diese, habe diese Person aber noch immer nicht gefunden Steht auf Ah, okay Ähm, da Jobabzocker, okay Ja, der ist ja sowieso nicht mehr da, der Typ Ach so, da steht das Alter nur unter 39 Was haben wir denn noch hier alles 41 Oh, die haben ja alle so Was, du Scheiße, was die alles hinschreiben, Leute Also Ähm Was gucken wir denn hier mal Äh, Undercover Lover Körperbau Geheim Okay 22 Ich bin da mal überlegen Komm, wir brauchen mal hier, ausgehen Einfach mal nur Nuck die Nase Einfach mal nur aus Jux und Dallerei Was ist das denn hier? Klingeltöne, ach so Hier kann man Klingeltöne kaufen Ja, ne, das wollen wir jetzt nicht Autos Ähm Autos ansehen Ne, komm Da war ein Pinkerts Auto, habe ich genau gesehen So Jetzt werden wir uns mal hier unsere Karre schnappen Und dann fahren wir mal Nach da oben hin Schnell und Die Karre von da oben noch Von groß Und da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da ein bisschen Support-Punkte und Respekt-Wein bekommen Vor allem auch bei Roman Aber als nächstes fahren wir dann erst mal wirklich zu dem Mad, Michael, ich weiß nicht genau wie der hieß Ich muss hier eigentlich nachgucken Moment, die Farmer wäre dabei Okay, habe ich da noch nichts Genau, okay So, hier rumfahren Jetzt kommen wir hier hin Und jetzt äh Ach gut, hier hinten Eieieieiei Zu viele Autos Zu viele Autos Zu viele Autos Zu viele Autos So, fahren wir mal rückwärts. Oh, egal. Geht noch. Ist alles noch gut. Immer noch zu viele Autos hier. Oh, das hört mir so gut. Au. Das ist auch nichts. Dankeschön, dass ihr ihr hier offen gelassen habt. Na ja, gut. Aber das soll mal nicht so das Problem sein. Die sind schnell los da an der Stelle. Oh, da kommt sie noch von vorne. Ach. Oh, was ist denn los? Dankeschön. So, dann hauen wir hier mal ab. Ah, da ist jetzt hier der Verkehr heute. Das ist Paya. Das wird aber so spät haben wir es denn. 3.20 Uhr. Das ist Paya. Mehr mehr. So, hier rum. Ne, das ist ein Blockett. Okay, dann fahren wir hier rum. Egal. Ähm, wo ist denn das? Klar steht da. Wunderbar. Sehr schön. Ähm. Na du. Schnuffelchen. Guten Tag. Ich brauche mal was. Dankeschön für dein Auto. Da steht ein neues Auto daneben. Etwas flüssiger als das. Sogar. Glaub mir. Ich muss gucken, dass ich mit der Karre... Au. Genau. Das vermeide. Warte, das ist ja nicht so einfach. Das ist immer bei mir. So. Jetzt haben wir das Verhandlungslevel los. Jetzt haben wir die Abage. Aber ganz gemächlich und chillig. Beziehungsweise, ich denke mal, wir werden es vielleicht mit Feuer noch einmal ganz kurz. Ähm. Reparieren da die Karre. Ich muss hier erstmal an den allen Autos vorbei am besten. Oh, da sind ja zwei Kopflager davon. So. Fahren wir hier mal im nächsten Strand vorbei. So. Zack. Und weiter geht es. Und dann kommt es schon. Jetzt fahren wir da mal zu. Uh. Ja, okay. Wir fahren gleich zu los. Besser ist es. Boah. Okay. Wir fahren jetzt gleich zu los. Haben wir das nicht hier auf der Karte? Ist das nicht sogar da irgendwo in der Nähe? Nach da. Okay. Fahren wir erstmal nach da. Wir reparieren mal kurz die Karre. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld dann da raus. Müsst ihr aber mal wissen, was die Reparatur kostet dann. Wir werden mal gleich gucken, ob das da hoch so steht. Wir werden mal gucken, ob das da hoch so steht. Wir werden mal auf dem Weg schrauben. Wir werden mal auf dem Weg gehen. Und dann Disease, dann ist das gleif. Vielen Dank.